ja und damit ein ganz großes hallo und herzlich willkommen meine lieben zockerfreunde zu einem kleinen info video wie im titel seht geht es darum dass ab samstag um 15 uhr jede woche eine folge the walking dead kommt die zweite staffel ja ich hoffe ihr freut euch auch so sehr wie ich mich freue weil ich bin schon ein bisschen im vorlauf richtig gut richtig spannend und vielleicht wenn ich schaffe sogar zwei folgen in der woche muss ich mal gucken wie ich vorankomme vielleicht dann eher zum schluss wenn ich alles soweit aufgenommen habe auf jeden fall erst mal ab diese woche samstag jede woche samstag 15 uhr eine folge gut leute das soll es auch gewesen sein mit diesem kurzen info video das gerne like und abo da ansonsten einen traumhaften abend bis dahin ciao ciao